Ich wollte einen ganz herzlichen Dank für den tollen Piloten, die vermögen, in den Treffen zu sehen. Die Öffentlichkeit, die wir jetzt sehen, können wir nicht mehr ausserhören, dass wir die Öffentlichkeit im Haus steuern. Wir brauchen auch eine Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung von uns. Wieder eine ganz gute Musik, ein wunderbares Programm. Man kann versuchen, vielleicht durch Rollen zu raten, das Fahrwerk ein wenig mit Gehkräften zu versuchen. Schreie, die wir in die Trends sind, aber das Inkomplikator Hugo Marquez, der zweite oder dritte Standort ist nicht mehr. Schreie, die wir in die Trends sind, aber das Inkomplikator Hugo Marquez, Ich bin der, der zwei, der dritte Standort ist, das Fertil ist der, der zwei, der die die Kälte nicht mehr Die Messer sind heavy, und die Möbelchen sind weiter. Fass. 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 Die original gürteliche Möbelchen in der Möbelchen der Deutschen hat das genannt Kraft I. Das Modell hier ist angetrieben mit einem Gas. Wer noch jetzt primär im Original Wir haben alle exaktes Verkommens. Ich bin nicht vollkommen. Wir haben auch die Piloten. Wir haben sie in Deutschland und abgeschaltet. Und wenn ich sage genug eine einzige Arbeitsmöglichkeit haben, um ein Volker anzuschleichen. 300.000 Stunden haben wir dann auch die Piloten im Sechernommer unkalt und die Fremdeinmöglichkeit Knack-Butterschall, also rund 50 km pro Stunde. Das ist der original Schall. Wer sich von der Brötta hat so stark zu sehen, dass ich bei Autos keinem kann, bei dem die Ernährung vermoderiert worden ist. Und das Mindeste, was sie schlafen, ist aber eine eisektische Darmkollung. Selten oder fast immer ein Farb-Trauma geben, also eine Stirn- und Ebenhöhlenentzündung nach einem Einsatz. Und das ist der Aufmerksamkeit. Und das ist der Aufmerksamkeit. der Aufmerksamkeit. Und das sind schwer zu beschätzen. Ihr 400 km pro Stunde recht. Applaus Aufmerksamkeit. 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 Applaus Die 6. Komete haben einen Lommerverband von 596, unvorstellbare Zahl, Boeing B-17 angegriffen. Die anderen Seite hatten hier MG-Schütze, auch hinten dran. Die sind teilweise begleitet worden durch andere Jagdflugzeuge. Aber Sie können sich vorstellen, so einen Einsatz als Bomber, das ist sicher etwas gewesen, wo man sich von allen vorstellbar hat, dass ihr Piloten geleistet habt. Und Team Crew! Das Lande ist ein starkes Fahrwerk. Und beim Lande landet er auf den Kufen. Das Original auch. Der Vorteil ist natürlich an der Bemalung. Ich habe eine Direktbemalung. Ich trete nur die Sichtbarung. Und einfach chill. Und den sieht aus, als ob er langsam zur Landung ansetzt. Er hat den Vorteil, er hat Schuf, er hat ein Treibwerk. Original ist nur ein Segelflug gelandet. Und langsam. Wunderbar, den Modeneffekt am Nutzen. Sehr, sehr gut. Ich bin vor allem zuständig im Modellmarkt, was Team Piraten angeht, und Marketing und Promoting der Produkte. Wunderbar, was bietet ihr als Modellmarkt24? So eine Probeübersicht? Ja, wir bieten eigentlich vom ganz normalen Schaumstoffflieger bis zum Modellautos, Schiff, was eigentlich das Herz begehrt. Wo habt ihr den Stand? Unser Schiff ist unbeverschleitet. Es ist ein Füllmodell ausgestellt. Es ist ein Füllmodell. Es ist ein sehr guter Projekt auf der Forschung. wir haben ja das immer noch ein sehr guter Projekt. Wir haben ja das Theater im Spitz. Wir haben ja das erste. Wir haben ja uns alle noch nicht über die Füllmodell ausgelegt. Wir haben ja schon das erste.